Yo Leute, was geht? Hier ein kleines Video von mir. Ich habe vor, die Closed Beta von Homefront The Revolution, was hier jetzt schon im Hintergrund läuft. So ein kleines Gameplay habe ich im Hintergrund laufen. Einfach so ein bisschen zum Anschauen. Ich habe nämlich vor, auf Twitch heute das zu streamen und natürlich auch eine kleine Folge auf YouTube rauszubringen. Wenn es euch interessiert, schaut doch mal vorbei, auf jeden Fall bei Twitch. Den Link packe ich in die Beschreibung, auf jeden Fall. Und ich verlos natürlich auch noch einen Beta-Key. Ich habe noch einen zweiten Beta-Key. Der wird dann eben verlost im Stream. Und alles, was ihr tun müsst, steht dann dort. Schaut einfach vorbei. Kommt vorbei und macht das, was ihr dafür tun müsst. Und dann habt ihr die Chance, einen Beta-Key zu bekommen. Die ganze Beta, die läuft vom 11.8 Uhr. Also heute am 11. um 8 Uhr fängt sie an. Bis zum 14. um 8 Uhr, glaube ich. Ja, ich glaube bis zum 14. um 8 Uhr. Bin mir jetzt zwar nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall bis zum 14. Und ich bin richtig gespannt drauf, was da so geht. Wie ihr jetzt im Hintergrund schon seht, man kann so seine Waffen umbauen und alles während dem Spiel. Man kann alle Sachen nutzen. So interaktiv ist das Spiel auch extrem. Wie ihr jetzt da zum Beispiel seht, er haut einfach mal so ein paar brennende Fässer runter. Das Auto explodiert. Er wirft Molotow-Cocktails. Also da ist wirklich viel Action im Spiel. Ich hoffe mir natürlich, dass es so ein bisschen wird wie Call of Duty, weil ich ja eben Call of Duty einfach gewohnt bin und es auch mag. Es soll aber nicht direkt wie Call of Duty werden. Es sollte mal ein bisschen was Neueres noch kommen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Schaut bei dem Stream vorbei auf www.twitch.tv.afreshmango. Geht einfach in die Beschreibung. Da ist der Link drin. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Auf YouTube werden auch noch ein paar Sachen kommen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mal meinen Channel. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Homefront-Markt mögt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder beim Stream oder dann eben bei den Folgen auf YouTube. Viel Spaß noch bei dem Gameplay, was jetzt im Hintergrund läuft. Und bis später. Ciao. 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 Für志 Taoimiento thermos ab Angular habt. Okay, try and find her at last. Shit! Who says that? Hold on! I'm coming! Shit! Shit! Brady, can you do that? Sam, you can help him! Brady, stay back! Sniper! Luce is dead. I really fucked this up. That sniper is too fucking good. You gotta deal with her. Fuck, man, you did it! Get to the transfer. Go, go! Leave me. Go get the intel. You have to go, go! You have to go. Restricted areas. Civilians are not perfect. This is in a red zone. Brady! We've run into a wall of KPA here! We can't break through! Try and get it behind them and reach the transceiver! This is Philly Alpha. Our strike teams are still waiting for their targets. If the longer this goes on, the more chance they'll get spotted. We can have a brief bath on our hands if we don't get the transceiver team. Filly Alpha! This is Dana! We're stalled! Brady's trying to sneak it! This is all. We're going to strip you. Nuka. Set right on. Pull this out. We'll run hell of a day by one. We're counting on this enemy. No! We're gonna go in there. Whoo! We'll be right back. You're not... We're gonna do it. You're not... Alright. I'm so sorry. I'm so sorry. I don't even know. I'm so sorry. I'm so sorry. I'll put that down. I'm gonna touch my feet right here. I'm so sorry. Das ist Philly Alpha zu allen Teams. Intel ist durch. Die Zone ist aufgerüstet. Gut, Leute. Go, go, go! Das ist Philly Beta. Ihr habt das Transceiver geholfen? Wir haben eine neue Intel. Die Zone ist aufgerüstet. Das ist Philly Alpha. Das ist Philly Alpha. Das ist toll. Was ist das? Das ist die Frage. Was ist das? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Peggy 18. Und jetzt, bitte willkommen. Das ist die Frage. 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 Das können Sie nicht verstehen. Das frez�� sound. Das du hast. Das Fantasma. Das ist die Frage. Das fremst du Paramst. Das ist die Frage. Das lässt uns aus der Haupt 눈 cen네 nicht angehen. für unsere Zukunft. Wir haben eine neue Pride in unsere Arbeit. Wir sind wieder wieder entgegen, resourceful, und cooperativ. Dank an Sie, haben wir wieder herausgefunden, wer wir sind. Und es gibt keine Rückkehr zu unseren apatheticen und misgedulden Fällen. A new day has dawned, and a brighter future beckons. And for this, we say, thank you.